Dann bohren wir einen zweiten Teil, dass diese Flattertöne, nenne ich sie einmal. Ich kürze also die Übung ab, dass ich nicht zum Schluss spiele, sondern nur diese Passage. Jetzt betone ich den Einzelpass bewusst ein bisschen, dass sie in das System des Daktgefühls kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann konzentriere dich auf den Pass, das dein Bewusstsein. Ich mache den Schluss da, dass ich den Passlauf habe. Ich muss kontrollieren, ob das auf deine auch so ist. Gutes Gelingen. Gute Gelingen. Gute Gelingen.